Servus meine lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizon auf der Nintendo Switch, worauf auch sonst. Ich hatte vor, oder ich habe immer noch vor, erstens herauszufinden, was ich mit den Tickets machen kann, zweitens ein bisschen Wege zu basteln und drittens würde ich gerne mal wissen, was kann ich überhaupt für Möbel basteln, aber ich möchte jetzt erstmal irgendwie wissen, was mit den Tickets los ist, weil ich will die auch irgendwie verwenden, Leute. Mann ey, finde ich schade. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin und wir müssen natürlich Geld für unseren Kredit haben. Hm. Was ist das hier? Kann ich da irgendwie... Okay. Nein, ich möchte keine. Ich möchte doch nur meine, äh, Dinge benutzen. Meine, meine Tickets benutzen, aber okay. Gut. Hm. Ich werde es mir später mal, wenn ich dran denke, durchlesen. Ich sage, ich bin heute ein bisschen müde irgendwie. Mal gucken. Mal gucken, ob ich Minecraft dann vielleicht morgen aufnehme. Mal schauen. Ich denke, das macht Sinn, das Ganze dann morgen aufzunehmen, nachdem ich von Zahnarzt wieder da bin. Aber jetzt ist die Riesenfrage. Womit wollen wir jetzt erstmal unser Geld machen? Ich bin ja eigentlich erstmal fürs, äh, fürs Insektenfangen. Weil gerade so viel hier rumschwirrt. Ich meine, die geben wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel, weil das so 0815 Dinger sind. Aber, ist ja egal. Wir machen erstmal unser Inventar voll einfach. Hm. Und schauen dann weiter. Dann werde ich später noch ein bisschen am Weg bauen und vielleicht dann zum Schluss nochmal angeln. So kriegen wir definitiv gut Geld zusammen. So, die haben wir. Ruhig mal schnell sein. Eine Nasenschrecke. Okay, das ist nix. Machen wir hier irgendwas auf den Blumen? Ne, aber da hinten ist so ein Ding. Das nehmen wir mit. Na gut. Ich mache einfach so lange, bis das Inventar voll ist. Hallo. Du, 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 du. Und hier oben habe ich irgendwie auch nicht erwartet, dass da noch was ist. So, die nehmen wir noch mit. Noch eine Nasenschrecke. Spinnen zum Beispiel gibt es ja erst ab abends, ne? So 18 Uhr oder so was. Oder 18.30 Uhr, irgendwie sowas in die Richtung. Aber gut. Da ist noch einer. Zack, meiner. Ja, ich bin hier ganz bautig unterwegs, Kollege. So, flattert hier noch irgendwas durch die Gegend? Klar doch. Mist. Ich glaube, der wird ein bisschen anspruchsvoller, kann das sein. Der ist mir gerade vor der Nase zurückgeflogen, ne? Ah, ey, das ist frech. Ein freches Vieh. Ey. Ey. Komm zurück. Ich muss dem den Weg abschneiden. Weg da. Ah, jetzt habe ich ihn verloren. Egal, nehmen wir den. Der haut nicht so schnell ab. Der Zitronenfall. Habe ich, habe ich diesen Schmetter, äh, diesen, diesen, äh. Ey, das ist nicht wahr. Der verarscht mich. Aber volle Lotte. Ich wette, den habe ich noch nicht. Ich wette, den habe ich noch nicht. Ich glaube, ich war bisher noch nie so schnell. Wir können das mal eben nachgucken. Außer der taucht hier gleich wieder ganz plötzlich auf. Äh, Fangbuch. Da müssen wir mal gucken. Oder war ich doch schon mal so fix und habe den. Na, weiß nicht, welche von den beiden das ist. Bei den Insekten bin ich nicht so drin im Game. Ich war immer eher so, eher so Fraktion Angeln. Es gibt ja immer so Fraktion Insekten und eine Fraktion Fische, ne? Aber so ran, 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 schleichen, das bringt halt auch nichts bei dem Vieh, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Nein, oh, was ist denn hier los? Mann, ey. Spiel, erkenne doch bitte, wenn ich mal nicht mit jemandem reden möchte. Ey, ich bin zu blöd für alles. Dreimal daneben gescheuert. Dankeschön. Jetzt weiß ich, ob ich sie schon habe. Er ist eine Königslibelle. Okay, habe ich schon. Alles klar, mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Dann weiß ich schon mal, dass ich mich nicht bemühen brauche. Wobei, vielleicht ist sie ja auch sauviel wert. Das kann ja auch sein, ne? Weiß man ja alles nicht. Wir knallen mal das Geschenk da oben ab. Jetzt glaubst du mir doch, es ist nicht passiert. Blablabla. Mach ich ganz so harmlos auf. Die Wespe, die es auf dich abgesehen hatte, war groß wie eine Taube. Wenn die dich gestochen hat, dann brauchst du mehr als eine Püsterchen und ein Pflästerchen. Hau mir ab mit Pflästerchen. Wir haben bloß Fang gespielt. Ich und die Wespe. Die gelb-schwarzen Racker sind äußerlich intelligent, äh äußerst intelligent und schnell. Na, wie du meinst. Aber irgendwann geht dir dieses starker Mann-Markieren ins Auge. Dann will ich kein Gejammer hören. Ja Mann, ich? So ein Quatsch. Außerdem markiere ich nicht den starken Mann. Ich bin einer. Genau. Die, die das sagen, sind's nie. Lieber breche ich mir was, als mich von anderen bemuttern zu lassen. Alles klar, werde ich mir merken. Du bist ein ganz harter Gänseblümchen. Dann tschüss. Hm. Jetzt habe ich wegen dem natürlich mein, äh, die Aussicht auf ein Geschenk verloren. Ja, das ist doch nicht wahr. Ist es hingeflogen? Wo ist es? Hm. Na gut. Ist das weg. Vorne haben wir Marienkäfer. Ich glaube, den habe ich aber auch schon. Ich glaube, so was Neues jetzt noch zu finden, wird ein bisschen schwierig. Außer mit Angeln vielleicht. Ich weiß nicht, zu der Jahreszeit? Doch, zu der Jahreszeit habe ich auch geangelt. Herbst wäre interessant, weil den Herbst haben wir gar nicht mitgemacht, weil da hatte ich meine Pause. Ähm. Na ja, gut. Aber gut. Hallo. Oh, da hinten ist das Geschenk. Ich sehe es noch. Ich sehe den Schatten doch. Ja, ist ja gut. Ich muss da mal was abschießen. Alles meins. Meins. Alles meins. Das. Ne. Den wollte ich nicht haben. Ich wollte das hier auspacken. Platzieren. Okay. Den Fall zum Verkaufen braucht man nicht. Huch, du solltest. Ey. Was ich sage. Der letzte war nicht so. Aber den ersten kann ich gut für die zweite Folge verwenden. Zack. Den nehmen wir auch noch mit. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Was soll ich machen? Äh. Etwas herstellen. Werkzeug bitte. Dankeschön. Einmal das da. Basteln. Ja, bitte. Wunderschön. Eine Werkzeugkiste. Weitermachen. Das da. Basteln. Wunderschön. Wunderschön. Noch eine Werkzeugkiste. Okay. Reicht dann erstmal. Zwei Werkzeugkisten sind super. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht die wilde Jagd. Wie viel müssen wir auch nicht mehr. Vielleicht haben wir hier unten noch irgendwo so ein. Naja. Hätte ja sein können, dass da irgendwo noch so eine Dingens ist. Wie heißen sie? Einsiedlerkrebs. Zählen ja auch zu Insekten. Da hinten haben wir eine Gottesanbeterin. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben. Mach ich auf jeden Fall sehr selten aus. Zack. Ab dafür. Oh. Ich glaub, die haben wir noch nicht. Mensch, ey. Ne, haben wir noch nicht. Die müssen wir definitiv ins Museum bringen. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Schee. Gut, dass wir vorsichtig gewesen sind, ne? Ich mein ja nur. Alles richtig gemacht, Leute. Okay. Auch keine Einsiedlerkrebse. Auch keiner. Auch keiner. Okay. Dann haben wir keine Einsiedlerkrebse gerade da. Wolltest du nach hier unten kommen? Ich hab jetzt keinen Bock, da hochzugehen für dich, Kollege. Kommen Sie mal her. Ah, komm hoch. Ah, Mann, Mann, Mann. Ne, ich hab da jetzt keine Lust, hochzuklettern, deswegen. Oder wäre gerade noch so eine gewesen? Noch so eine Orchideen-Gottesanbeterin? Oder wie heißen die? Moment. Da. Genau, Orchideen-Mantes wäre da gerade noch eine gewesen. Die könnte sogar tatsächlich ein bisschen was wert sein. Aber das werden wir dann ein andermal herausfinden. Die gibt's wahrscheinlich auch nur jetzt im Frühling. Kann das sein? Ich bin auch immer noch mal. Ihr seid da mal wieder gefragt. Ihr kennt sowas wahrscheinlich besser. Ihr wisst es. Ich weiß, da draußen sind einige Animal Crossing-Fans, die wirklich sowas komplett auswendig wissen. Komm her! Komm! Komm! Komm und spiel mit mir! Hm, dann nicht! Dann nicht! Ich wollte eigentlich gleich noch ein bisschen Weg bauen und ein bisschen Fische fahren. Aber wenn das so weitergeht, wird das nichts. Dann wird dort nichts. Ey, ich brauche nur vier Stück, ne? Vier Insekten, Leute. Kann doch nicht sein, dass das so schwierig sein kann, vier Insekten zu kriegen. So, danke. Einer von vier. So, du kommst auch noch mal mit. Man muss sich erst beschweren, ne? Dann kommen sie wieder alle raus. Wasserläufer. Waren jetzt drei von vier, ne? Einer noch. Alternativ geht auch in ein Geschenk, was ich nicht brauche. Zack. Genau hier wieder bei dem einen Kollegen da. Auspacken. Tisch gedeckt. Wie sieht sowas denn aus? Platzieren. Ja, könnte ich gebrauchen. Okay, gehen wir erstmal ins Museum. Eben das Ganze ab. Dann machen wir gleich noch ein bisschen Wege. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal angeln. Dann haben wir den Tag, also die Folge heute auch noch hier sehr gut und praktisch rumgekriegt. Und in der nächsten Folge machen wir dann auch noch Wege und vor allem Angeln. Wenn ich heute überhaupt noch zum Angeln komme. Das weiß ich nicht. Dann die halbe Folge ist rum. Ein bisschen Wegebasteln, gleich noch ein bisschen was verkaufen. Schauen wir mal. Ich möchte etwas stiften. Ein paar Stifte. Der Witz wird nie alt, oder? Du 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 du. Na, ne lieber nicht. Nein, Passt schon. So, das Tischgedeck wollte ich behalten, packe ich mir erstmal alles ins Lager. Wenn das Haus maximal ausgebaut ist, dann machen wir das auch maximal schön und dann wird das, dann wird das was. Ich müsste demnächst mal gucken, was für Möbel ich dann bauen könnte, die ich draußen hinstellen kann. Ob es da irgendwelche Laternen oder sowas gibt, die ich machen könnte, um so ein bisschen hier auszuleuchten, wenn ich die Straße gebaut habe. Aber naja, das werden wir dann alles feststellen, wenn es soweit ist. Hallo, ich wette ich kriege für die ganzen Insekten quasi gar nichts, weil das alles so 0815 Dinger sind. Ich weiß halt echt nicht, was ich mit diesen Dingens machen kann, mit diesen Tickets. Das muss ich echt nochmal herausfinden, bevor ich sie wegschmeiße oder verkaufe oder sowas. Ja, so ein Tisch, ja, den kann ich verkaufen und so. Das alles. Na, sag ich ja, gibt fast nichts. Kann ich besser gleich angeln gehen, da kriege ich mehr durch. Aber gut. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen um den Weg kümmern. Den Weg werden wir nämlich definitiv von dem Laden aus jetzt erstmal bis zur Brücke basteln. Das ist noch ein guter Ansatz, denke ich mal. Ähm, genau. Weg. Den wollte ich bauen. Ab, wo kann ich den hier machen? Mein Gott, ist nie los. Ich wollte ganz sagen. Nein, du sollst den da schon hin machen. Schmier den da wohl hin. Ja, gehen Sie weiter. Ich sehe hier übrigens nichts. Das ist gut. Na, da solltet ihr natürlich nicht hin. Ich habe mir schon fast gedacht. Deswegen dachte ich, ich gucke mal hier eben durch den Baum durch. Okay. Ich würde mich gerne bis hier hin. Dann hier runter. Wobei, eigentlich könnte ich auch einfach bis an den Laden rangehen, oder? Macht das so einen Unterschied? Aber der Laden hat eine Dreierbreite, also hier vorne. Der Eingang, das ist cool. Komm, da machen wir es einfach direkt am Laden dran, den Weg. Zack. Ab dafür. Ja, genau. Es ist wieder genauso geil wie beim Terraform. Das wird nicht so meine große Freude werden. Das weiß ich jetzt schon. Aber gut, wer eine schöne Insel hat, muss leiden, oder wie war das so schön? So, das heißt, ich werde wahrscheinlich den Baum da vorne fällen müssen. Kann das sein? Was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich glaube, den einen oder anderen Baum werde ich früher oder später wieder sowieso noch fällen müssen. Ja, den Baum da vorne werde ich definitiv fällen müssen, denn das soll da schon bleiben. Hatte schon seinen Grund, warum ich das dahin gesetzt habe. Okay, der kann tatsächlich da bleiben, der Baum. Was? Was wird denn das? Ach lol, das ist jetzt schon fertig. Okay. Ähm. Genau, hier mal so schön abrunden, diese Ecke. Genau, die Ecke ist jetzt abrundet, richtig? Ja. Okay, dann muss ich da vorne noch den Baum wegmachen. Dann kommt hier noch ein schöner Weg zwischen den beiden hin. Wobei, was für Wege hätten wir denn sonst noch so? Trampelfahrt. Ich glaube, ich mache tatsächlich... Soll ich komplett alles? Ich mache erstmal alles nur einheitlichen Weg. Ich mache erstmal alles einen einheitlichen Weg. Aber als allererstes... Wobei, ich lasse erstmal den Baum stehen. Ich mache jetzt erstmal hier den kompletten Weg zu denen auch hin. Fertig. Ähm. So. Ich kriege jetzt hier einfach eine Straße vor das Haus gesetzt, ob die wollen oder nicht. Ist mir relativ egal. Aber bei dem, bei dem Hauseingang passt das so gut rein, dieser Weg. Ja, da soll der auch noch hin. Hier noch hin. Kriegen wir alles hin? Ja, ne, der sollte eigentlich schon bleiben. Aber eigentlich einen weiter. Ich finde, es bräuchte eine extra Taste zum Abreißen und eine zum Bauen, damit wäre das einfacher. Wird da nicht so ein Blödsinn die ganze Zeit machen. Wobei, wobei, auf der Seite zum Beispiel sähe das gar nicht mal so schlecht aus, so ein bisschen abzurunden. Genau wie hier. Um quasi damit so einen kleinen Abschluss von dem Weg zu schaffen. So. Das da hin. Da noch ein bisschen was hinschmieren. Hier schön auf den Schmetterling schmieren. Das geht auch. Ne, da solltest du eigentlich jetzt nicht wegmachen, aber ist okay. Das einmal kurz hier so ein bisschen. Das hier so ein bisschen so. Okay. Ja, ne. Das war jetzt nicht so der Plan. Das schmierst du dann mal wieder hin. Schmierst du hier noch was hin. Hier schmierst du noch was hin. Und hier schmierst du noch was hin. So. Und dann ziehe ich den ganzen Kram hier noch runter. So. Zack, zack. Ich glaube, so langsam wird es was. Ich glaube, das wird super. Ich sage es euch, das wird gut. Das kann erstmal so ein bisschen schräg angemacht werden hier. Dann ziehen wir jetzt hier den Weg runter. Bis vor den Laden. Ja gut, so wird das nichts. Bis vor den Laden, hatte ich gesagt. Wenn wir dann gleich noch den Baum fällen, dann wären wir auf der Seite hier erstmal soweit gar nicht mal so schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ich nicht weit genug gegangen bin. Ja, das habe ich auch schon fast gedacht, dass das wieder nicht so klappt, wie ich das gehen hätte. Ich finde tatsächlich Terraform und Wegebauen ist jetzt irgendwie nicht so was Spannendes für das Let's Play. Aber gut, gehört halt mit dazu. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr die ganze Sache seht. So, dann können wir jetzt auf die Karte gucken. Wunderschön. Da fehlt halt noch der Baum. Und, ja, das Geschenk habe ich gesehen. Ist mir jetzt auch gerade relativ egal wieder. Natürlich ist die Frage, von hier den Weg gerade runterziehen. Würde halt hier anstoßen, aber ich würde fast sagen, da müssen ein, wenn nicht sogar zwei Bäume weg. Hm, wie mache ich denn das jetzt am schönsten, ohne dass das gleich bescheuert aussieht. Na, ich müsste ja fast hier schon echt einen Dreierweg hinbauen, ne? Ach, Mist. So war das nicht geplant. Und jetzt könnte ich quasi hier den Zweierweg hinbauen, herbauen. Hin und her bauen. So. Ich finde zwei ist eine gute Breite, ohne viel Platz von der Insel wegzunehmen, viel Fläche. Okay, dann kann ich jetzt hier. Das war nicht so, wie ich das wieder wollte, ne? Ich liebe es ja, wenn das Spiel einfach nicht das macht, was ich möchte. Wobei das auch fast in Ordnung ist. Okay, haben wir es da abgerundet? Das ist gut. Dann kann ich ja jetzt hier tatsächlich den Weg durchzimmern. Aber da vorne werde ich wahrscheinlich jetzt gleich den Baum definitiv später fällen müssen. Genau. Genau, der muss definitiv später, früher oder später weg. Mach ich aber gleich, weil dann bin ich nämlich auf dieser Seite mit der Insel, mit der Infrastruktur quasi fertig. Und kann mich dann gleich in der nächsten Folge in Ruhe mit dem Angeln beschäftigen und gucken, dass ich die Infrastruktur weiter rüberbringe. So ein bisschen einfach, damit ich alles hier so ein bisschen ausbaue. Dann kann ich das quasi einfach mit dem Fluss als Teilung in so verschiedene Reviere einteilen, dass ich das immer so etappenweise mache, damit das nicht nur aus Wegbauen, nur aus Terraform besteht oder so. Wäre halt schon echt nicht geil. Ich glaube, das wäre dann langweiliges Let's Play. Okay, ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn wir ein Stück weit am überlegen, ob es nicht eventuell fast sinnvoll sogar wäre, hier die Straßen durchzubauen. Dann eins durch. Wahrscheinlich, ne? Aber gut, das gucken wir dann später mal. Vielleicht noch in der nächsten Folge fix, bevor ich hier mehr oder weniger ganz fertig bin. Das werden wir dann gleich sehen. Ich glaube, das mache ich. Das ist ja nicht viel, was da gemacht werden muss. Und dann passt das schon. Ja, das ist aber gut, dass er die Rundung dann anpasst. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Komm hoch. Ja, für mich aus auch so. Ein paar Bäume muss ich definitiv schon fällen. Das steht schon mal fest. Aber ist nicht so schlimm. Gehört halt mit dazu und dann passt das schon. So. Und hier das Gleiche. Ja, da sollte der jetzt nicht hin. Aber was soll's. Ey. Du sollst das da hin machen und nicht weg. Ich finde es so weit eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, jetzt wären halt noch Straßenlaternen oder so ganz cool. Meine Meinung nach. Gut, dann kann ich ja jetzt eigentlich die Bäume fällen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Haben wir noch eine normale Axt da? Haben wir eine im Inventar? Weiß das jemand? Ja, haben wir. Okay. Ausrüsten. Okay, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. War das noch einer? Ja, hier unten. Genau. Und dann können wir den Weg vollenden. Aber. Das alles. Und noch viel mehr machen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind jetzt hier am Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Guckt in die Videobeschreibung rein und schreibt Kommentare. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu Social Medias und sonstigen Kram. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Nikotube. Cheerio. Und dann go. Ich hoffe auf.